So, ich habe im Hintergrund den Fernseher laufen und man wird den auch hören, aber ich habe Mikrofone, die den Fernsehton wesentlich besser rüberbringen noch. Also klar, er ist zu hören, aber doch recht leise, da der Fernseher ungefähr so laut ist, wie ich jetzt gerade spreche. Okay, der Fernseher ist weiter weg, aber die anderen hätten den Klang vom Fernseher wesentlich lauter mit draufgebracht. Das Rauschen, das werde ich jetzt gleich einmal testen und gucken, ob wir das wegkriegen. Mit Premiere. Ob wir das so weit weg machen, aber vom Klang her. Ich habe ein ganz normales Wohnzimmer jetzt hier, einen vielleicht 20, 30 Quadratmeter Raum, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es schon ein bisschen groß. Ich habe keine Sachen zur Schalldämmung angebracht, sondern ich spreche ganz normal in das Mikrofon, was ich einfach ans T-Shirt geklippt habe und in den PC reingesteckt habe. Das Rauschen ist natürlich sehr störend, könnte natürlich aber auch, das werde ich nachher an meinem TASCAM prüfen, es könnte natürlich auch extra stark durch die Soundkarte kommen, wo es reingesteckt worden ist. Weil es gibt ja natürlich da großartige Unterschiede. Das testen wir nachher mal am TASCAM, aber erstmal über den Fernseher klanglich gesehen. Meine Stimme kommt, finde ich, sehr gut rüber. Ich habe weder was am Regler eingestellt. Das Einzige, was ich nachher machen werde, ist, das Rauschen einmal zu entfernen mit der automatischen Rauschunterdrückung.